Hey Sunny, kannst du uns mal erklären, wie man auf der Gitarre Hey Soul Sister von Train spielt? Klar, komm, ich zeig's dir. Wenn du es in Originaltonart spielen möchtest, dann brauchen wir den Kapo am vierten Bund. Wir brauchen für das Lied genau vier Akkorde. Und zwar C, G, A-Moll und F. Wenn dir das F so zu schwer ist, kannst du auch die kleinere Variante spielen. Deswegen dann aber aufpassen, dass du die oberste Seite nicht mitspielst. Na gut. Das Schlagmuster funktioniert so und zwar runter, runter, rauf, runter, rauf. Und es klingt so. Ich spiel's mal langsam, ich check das nicht. Das ist mir tut schwer. In der Strophe klingt das Ganze so. Und der Refrain geht so. Das Umgreifen von den Akkorden, vor allem von G auf F, ist im Refrain ein bisschen kompliziert. Ihr könnt, wie gesagt, um es einfacher zu machen, aufs kleine F umgreifen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Üben. Danke, Sanni. Bitte. Ich übe jetzt. Also, welcher Akkorde an C, der mein G, ein A-Moll und ein F. Das ist so gut geblend. So, also runter, runter, rauf, runter, rauf. Ja. Ja. Tamm-tamm-tamm-tamm-tamm. Ich muss mit zwei schnellen Up-Down-Strucks starten. Tamm-tamm. Schnell ist schnell. Lips, 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 Lips. Ja. Genau so. Aber es ist noch nicht so. Und jetzt soll ich das so singen. Hey Soul Sister, there ain't that Mr. Mr. on the radio, Serio, the way you move ain't there you know. Dann ist es schwer. Dann machen wir jetzt Ende hier, ne? Machen wir Ende.